Wir freuen uns, dass wir heute hier am Set sein dürfen und dass mit der Prominenz von Gerard Butler wir hoffentlich in der Leving noch bekannter machen können. Schnelligkeit, die Marke noch bekannter zu machen, das ist für mich der größte Benefit und dass wir die am meisten Aufmerksamkeit natürlich bekommen. Das war schrecklich. Sorry, man, ich bin nicht... Es ist natürlich ein Genuss, mit solchen Profis zu arbeiten. Also mit Gerard ist er sehr entspannt, absolut präziser Mann. Sag mal noch mal. Und was ist mit mir? 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 Ja, noch mal. Hollywood ist eine Liga für sich, das ist klar. Sehr, sehr entspannter, sehr angenehmer Mensch, mit dem er, glaube ich, viel Spaß hat. Und was ist mit mir? Und was ist mit mir? Gerard, das Wesentliche ist zu sehen. Vielen Dank.